Freunde, wussten wir jetzt wieder, hier ist der Mann der gute Traune und wir sind nicht alleine. Ja, Servus, Grüezi und Hallo, wir sind in der Schweiz. Tja. Opa la, da sitzt du. Was? Das ist echt schwierig. Garci Fitsch heißt vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr mich bis zum Glück habt. Besucht ihr mich auch mal in meinem Heimat, in Italien, im Kanton-Tabletes, da wo die Wege am höchsten sind. Im Weg kann ein Klima roben in den Händen, am Sonne kann man wegsteigen und wandeln. Im Kuhn-Tabletes, wurden aus Südöl, Steinböse, Dänze und überall ausgedrückt. Herr Leif, auf der Bühne steht. Ich bin Partner von Neurodorfer. Bohnen wie Maximalt. Bohnen wie Maximalt. Ja, vielen Dank, danke vielmals. Sag ich, das ist Maximalt. So, ich zeig euch schon mal, wie das ganze hier schön aussieht. Schöne hier im Moment. So, wie es ihr ein bisschen nach Hause h permanent ist? Also, ich zeig euch mal, wie es sein wird. Oh, das ist ja schon mal. So, ich schätze euch noch mal. Tja, ich tue jetzt erst einmal eine Kleinigkeit essen. Warum ist die Jalurke? Eine Kleinigkeit essen. Und dann sehen wir uns wieder. Ich muss mir erst einmal eine Jagd anziehen, denn draußen ist es kalt und da schwebt es. Da ist es gewohnt kalt, Freunde. Und bis dahin sage ich, pipipipip, ich hab euch mega lieb.